Wir spielen Duell in der heutigen Folge von Let's Battle Chivalry Medieval Warfare. Macht mich ruhig aus. Du wurdest herausgefordert. Jawohl, annehmen, natürlich. So, wir spielen anscheinend in der Arena. So, Duell. Ah, mein Handgelenk. Meine Bandagen sind immer noch. Ach so, Blockmann, das stimmt ja. Oh, Scheiße. Wow. Wow. Okay. Danke, hast meinen Kopf abgeschlagen. Hast du super gemacht. Ich spiele mit dem Waffenknecht, weil ich den selten spiele. Dachte ich mir mal, spielst du den einfach mal? Fight. Fight, fight, fight. Los geht's. Oh, der hat, der hat, der hat Damage gemacht. Wow, der trifft mich gar nicht. Jawohl. Okay, leck doch ein bisschen, muss ich sagen. So, zerstückeln. Jawohl. Geile Sache. So, nächster. Komm. Ich möchte den Sieg. Ich möchte den Sieg. Gib mir den Sieg. Ich möchte den Sieg. Nice. Ha. Ha, 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 ha. Arschtochen. Du Sau. Oh. Yes. Ah, komm, Revanche. Komm. Nee, der will nicht. Okay, gut. Molokiste ist siegreich. Weißt du, Molokiste ist siegreich. Oh, der hat ein Zeh. Oh, komm, dann wollen wir den auch herausfordern. Ich drück mal auf alle. Komm, irgendeiner muss ja hier. Irgendeiner muss mich ja annehmen. Molokiste, den kennen wir doch. Den haben wir letztens doch auch schon gesehen. Hä? Okay. Dann nehmen wir doch mal... Oh, Duell of Bridge. Nein, nehmen wir mal das hier. Codeward. Oder Courtyard. Interessant, wie viele doch hier spielen bei Duell. Ja, Duell ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Modus. Wie ich finde. Ein Courtyard wird genommen. Kenne ich nämlich noch nicht, die Map. Bridge und Cistern hatten wir ja zuhauf. Naja, zuhauf jetzt auch nicht. Aber haben wir ebenfalls schon gesehen. Und Courtyard noch nicht. Von daher bin ich mal gespannt. So, ich spiele immer noch mit dem Waffenknecht. Aber wir können ja die Ausrüstung wechseln. Ah, mit Stufe 17 bekommt man das Schwert. Äh, ein Beil. Ein Beil hat mehr Tempo, aber weniger Reichweite. Mehr Reichweite. Ja, komm, ich meine... Was ist das denn? Kampfstab? Oh, cool. Das ist ja nice. Und hier können wir... ...ein Dreiecksschild. Ja, warum nicht? Gut. Ah, ich wurde ja rausgefordert. Nice. Dann nehmen wir ihn doch mal an. Mit dem Kampfstab, Alter. Wie geil ist das denn mit dem Kampfstab? Na, komm mal her, ihr Freund. Ich treffe nie mit dem Ding. Ich habe ihn aber auch getroffen. Boah, das ist nicht so leicht. Boah. Hat der mit... Warum... Ih, der Hals schlabbert ja auch noch so hoch. Oh Gott, ist das eklig. Oh ja, der zerstückelt mich noch mehr. Super, mach ruhig. So, hier. Agatha! Wir sind für Agatha. Ja, nice. Ich wollte ihn gerade anwesieren, wie bei Dark Souls. GG. Nein, Revanche, komm. Will er nicht? Doch, er will. Let's go. Hö, wieso habe ich die nicht getroffen? Boah, die Reichweite ist ja mies ohne Ende. Ach, der hasst er. Zack. Geh. Oh, der ganze Kopf ist ja zerflatscht, ey. Hasst er. Hasst er. Und, Stich. So, los geht's. Da. Vergiss es. Oh, ich hab doch geblockt. Nein, da hat er mich. Oh, da hat er mich. Ja, noch bin ich, noch bin ich nicht am Ende. Der will mich schon wieder köpfen. Ich glaub, jetzt hat er's geschafft gehabt. So, jetzt passt mal auf. Na, komm her. Ja. Deine Reichweite ist beträchtigt, Junge. Parmesan. Scheiße. Oh. Shit. Gibt's da gar nicht. Na, komm. Na, komm du nur her. Ja, da sollte man lieber stechen, hä? Hat er jetzt auch gemerkt. Scheiße. Ja. Geile Sache. Ja, komm doch mal. Meinetwegen. Mir ist das egal. Jawohl. Hahaha. Das ist jetzt die letzte Runde. Wir beide haben einmal gewonnen, würde ich mal sagen. Und dann kann man das als letzte Runde gelten lassen. Oh, fuck. Oh, Gott. Ah, nee, 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 nee. Nein! Ah, die Sau. Hahaha. Oh, dieser Sau. Egal. Scheiß drauf. Noch bin ich nicht am Ende. Long live the order. Da. Fight. Oh, shit. Ja, komm. Nein, ich hätte doch... Ja, der Kampfstab ist echt scheiße eigentlich. Hahaha. Hö? Loll? Es leckt wie Sau gerade. What the fuck? Es hat wie Sau geleckt. Das war unfair. Ja, komm zurück in den Menüs. Witz noch mal. Das ist doch derselbe, oder? Ja, gut. Okay, komm. Fight. Nein. Ich brauche ein bisschen Leben und ein bisschen Ausdauer. Nice, One. Hat er gut gemacht, muss man sagen. Yes! Hahaha. Zerstücke, jetzt habe ich ihn mit dem Kampfstab. Genau so sieht's aus. Wenn ich jetzt gewinnen sollte, dann ist die Folge vorbei. Zack, hast du ins Gesicht bekommen. Oh, die Sau, ey. Ja! Jawohl, nee, danke. Nee, danke. Danke, danke, danke. Aber es müssen auch kürzere Folgen kommen, von daher war's das schon mit Chivalry. Im nächsten Part spielen wir dann wieder bis zum letzten Mann. Ich hab's eigentlich versucht aufzunehmen, aber irgendwie ging das nicht. Mal schauen, ob's demnächst geht. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Duelle kann man mal so nebenbei immer mal so ein bisschen machen. Haut rein. Bis zur nächsten Folge von Let's Battle. Chivalry, Medieval Warfare. Und ciao. Tschüss. Willkommen bei dir guttend. Los 28. Los 28. Los 28. Los 30. Los 31. Los 29.